Malazin Book of the Fallen, das Spiel der Götter, bleibt qualitativ unanstreitbar und es entwickelt sich für mich Stück für Stück zu wahrscheinlich meiner Lieblingsreihe. In diesem Video möchte ich über den sechsten Band der Reihe reden, The Bone Hunters oder, es wurde wieder im Deutschen geteilt, die Feuer der Rebellion und die Knochenjäger. Aber vorher, wichtig, Spoiler für alle vorherigen Bände, in diesem Buch kommen wirklich alle Handlungsstränge zusammen und deswegen wird es auch in alle Richtungen, irgendwelche Spoiler kann es da geben. Aber für diese Bücher keinerlei Spoiler, außer natürlich die Grundprämisse und ein paar Dinge, auf die man sich einstellen muss, aber nichts, was ich als Spoiler bewerten würde. Ihr kennt das, denke ich mal schon. Und damit los. Die Handlung beginnt dort, wo Band 4 aufgehört hat und zwar im Reich der sieben Städte und wir verfolgen die Armee von Mandata Tavore, wie sie versucht, Leoman von den Trash-Flegeln niederzumachen und damit die restlichen Ausläufer der Rebellion schlussendlich zu beenden. Aber das ist halt nur so die große Haupthandlung. Dazu kommen so viele Nebenfiguren. Zuerst einmal, Kasa Olong ist zurück. Mein Lieblingscharakter. Er ist wieder im Buch und er hat eine ganz eigene Geschichte, zu der man aber nicht wirklich viel sagen kann. Ganz einfach, weil die eine Weile lang so in der Schwebe hängt, bis sie dann halt so ziemlich cool wird. Aber das wäre dann Spoiler. Dann haben wir Absala, die für Kotillion arbeitet und ein wenig kämpft. Wir haben Krokus und Heborik, die zusammen mit Skilara und der jungen Felicin durch die Gegend reisen. Und die wollen Heborik zu dieser Insel des Utataral bringen, glaube ich, weil er glaubt, dass da irgendwas Wichtiges ist. Dann haben wir Trulsenga und Onrak, den Tistelanimas, die versuchen, den ersten Thron zu beschützen. Dann haben wir noch Paran, der jetzt ebenfalls ins Reich der sieben Städte reist, um dort etwas zu machen, was Spoiler ist. Und zuletzt sind dann zum Beispiel auch noch Ikarium und Mappo wieder im Vordergrund. Und Ikarium sucht halt weiter nach seiner Vergangenheit, während Mappo, die man schon im zweiten Band gelernt hat, irgendwie in sich sehr streitbar ist. Weil er zum einen weiß, es wäre schlecht, wenn Ikarium seine Vergangenheit findet. Aber gleichzeitig, er ist halt sein Freund und er will, dass er glücklich ist. Deswegen, da ist diese Handlung wieder da. Und deswegen, dieses Buch ist vollgepackt mit allen möglichen Handlungen. Wie bereits gesagt, kommt aus allen fünf bisherigen Büchern. Alles kommt zusammen und es sorgt einfach dafür, dass diese ganze Welt von Melesen noch einmal so viel komplexer, so viel vielschichtiger wirkt. Ganz einfach, weil wir so viel mehr Perspektiven auf einzelne Ereignisse haben. Und dieses Buch ist einfach der absolute Hammer. Fangen wir damit mit dem Review an. Zuerst einmal, wir haben massig POVs. Das ist wirklich krank. Ich glaube, das erste Kapitel hat drei, dann das nächste hat nochmal drei ganz andere. Dann kommen nochmal so andere. Und es dauert eine Weile, bis sie sich wirklich wieder aneinander annähern, so die einzelnen POVs. Aber was mich halt an diesem Buch so fasziniert hat, mich hat wirklich jede Handlung interessiert. Es hat in Melesen wirklich eine Weile gedauert, bis ich mich für bestimmte Charaktere interessiere. Band 5 war, würde ich sagen, der erste, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich liebe alles, was ich da lese. Mich interessiert alles. Und Band 6 ist nochmal so viel besser darin. Weil ganz einfach, es gibt keine wirklich neuen Handlungsstränge. Alles, alle Figuren, die in diesem Buch wichtig werden, waren schon mal irgendwie oder stehen in irgendeinem Zusammenhang mit irgendetwas, was mir bereits am Herzen liegt. So viele Handlungsstränge wurden bereits aus den vorherigen Bänden angefangen. Und das sorgt einfach dafür, dass es sich mal wie ein richtiges Sequel anfühlt, was man bei Melesen nicht voraussetzen kann. Und für mich so das absolute Highlight im gesamten Buch war, ich glaube, es ist die 14. Armee. Das ist diese ganze Armee, wo wir zum Beispiel Fiedler, der sich ja jetzt Eis-Seiten ausgibt. Und dann all diese Figuren wie, äh, Buddel, ähm, Lächeln, die, die See, an sich die ganzen Seesoldaten. Mir fallen die meisten Namen, ne, ein Scherbe ist noch da, äh, Gessler, etc. Und die haben einen extrem großen Fokus in diesem Buch und das war der Hammer. Was mir aufgefallen ist, ich könnte ein gesamtes Buch nur mit dem Slice of Life Soldatenleben von diesem Typen haben. Wir haben wirklich ein paar Kapitel, wo die einfach nur am Feuer sitzen, Scheiße bauen, sich gegenseitig ankacken. Aber es sind die unterhaltsamsten Kapitel, die ich seit langem gelesen habe. Und das finde ich so geil, diese Figuren machen einfach so einen Riesenspaß, diese ganze Armee zu sehen. Und wir lernen sie alle Stück für Stück kennen. Und dann kommt Kapitel 7 des Buches. Das ist noch im ersten Abschnitt, Feuer der Rebellion, Kapitel 7. Das ist eines der besten Kapitel, die ich je gelesen habe. Ich sage nur Igar-Tan. Wer das Buch gelesen hat, wird wissen, was ich damit meine. Kleiner Ratschlag, fangt das Kapitel nicht abends an. Ich habe den Fehler gemacht und ich lag bis um zwei nachts wach. Das Kapitel ist wirklich... Ich will nicht zu viel sagen, aber es ist der absolute Hammer. Und in diesem Kapitel wachsen einem all diese Figuren, von denen man vorher nur so Stück für Stück was gesehen hat, wirklich ans Herz. Diese ganze Armee fängt man wirklich an zu lieben. Ganz einfach, weil man in dieser Gefahrensituation die Figuren erst wirklich kennenlernt. Das ist so ein schönes... Ist ganz so ein geiles Zitat, ich glaube aus Firefly, wo es auch darum geht, dass man einen Menschen erst kennenlernt, wenn er dem Tode nahe ist oder so. Und das merkt man halt wirklich hier. Und diese Figuren... Man liebt diese Armee einfach nicht unbedingt die einzelnen Charaktere, sondern diese Armee als Ganzes. Auch ein Aspekt, der nichts unbedingt mit der Armee zu tun hat, aber den ich super in diesem Buch gemocht habe. Es ist wirklich philosophisch teilweise. In Bezug auf Götter und Menschen, wie das alles zusammenhängt. Und mir wurde schon vorher immer mal wieder gesagt, ja, Melesen ist super philosophisch und so, aber bisher habe ich es gar nicht so sehr bemerkt. Klar, es gab immer mal wieder Charaktere, die so tiefkündige Gedanken hatten oder so, aber wirklich so interessante philosophische Aspekte waren bisher noch nicht. Aber in diesem Buch gleich mehrmals. Das eine, was mir wirklich im Kopf geblieben ist, ist zum Beispiel, dass Gott wahnsinnig sein müsste, wenn alle seine Gläubigen was anderes glauben. Und das fand ich halt so... Und da gibt es mehrere Szenen, die einfach so geil und faszinierend sind, wo ich mir das wirklich so denke, Mann, das würde ich mir jetzt am liebsten einstreichen und irgendwo aufschreiben. Und das mochte ich halt. Und dann das Ende vom zweiten Abschnitt des Buches oder auch halt das Ende von Feuer der Rebellion. Es kam halt sowas von unerwartet. Ich musste erst mal im Internet nachgucken, ob das gerade wirklich passiert ist, weil ich sowas von verwirrt war. Also viel Spaß damit. Und ein anderer Aspekt, der mir einfach so nebenbei lustig aufgefallen ist. In diesem Buch tauchen Schwestern von bereits bekannten Figuren auf. Ja, das klingt seltsam, wenn ich sage Schwestern. Ja, so aus dem Nichts kommen auf einmal Schwestern von irgendwelchen Figuren, die seit Band 1 da sind. So, ach ja, der hat eine Schwester. Und der hat auch eine Schwester. Guck mal, die sind jetzt alle hier. Das war ein wenig witzig. Es war ein lustiger Zufall. Aber, wie ich bereits gesagt hatte, dieses Buch sammelt die Handlung von Band 1 bis Band 5. Und in Band 5 hatten wir ja diese ganze Idur-Geschichte, die so komplett abseits von allem anderen war. Und diese werden jetzt in die Hauptgeschichte mit eingeführt. Und die krachen wie ein Hammer rein. Das ist wirklich so, das Buch, du denkst dich, okay, ich weiß, worum es geht. Und dann Band 5 kommt da hinten an und alles dreht sich noch einmal. Und es wird einfach so genial verbunden. Wir bekommen ein paar der spannendsten, für mich persönlich interessantesten möglichen Zweikämpfe aufgebaut. Und ich bin einfach so gehypt, wenn das Zeug dann alles kommt. Ich schätze einfach mal, Band 7 wird das vielleicht aufgelöst werden. Aber das war wirklich super spannend. Und die Idur waren halt bisher meine Lieblingshandlung. Und deswegen habe ich es halt geliebt, dass das alles zusammenkommt. Das Finale des Buches kommt für mich nicht ganz an dieses Mittelfinale in Yigatan ran. Aber es ist immer noch ein würdiges Finale fürs Buch. Geht halt mal in eine ganz andere Richtung. Ist ziemlich vollgepackt mit allem Möglichen. Aber ich mochte es echt deswegen. Und gleichzeitig ist es halt so, weil wir so viele verschiedene Handlungsstränge haben, hat halt jede Handlungsstränge so einen kleinen, äh, haben sehr viele der Handlungsstränge so ihre eigenen kleinen, äh, Finale. Was halt so alles schön zusammenkreit, passt einfach. Deswegen handlungstechnisch dieses Buch war wieder der absolute Hammer. Aber ich muss sagen, handlungstechnisch hat es mich nicht so sehr gefesselt wie die anderen Bücher. Ganz einfach, weil für mich persönlich wirkte, lag der Fokus einfach darauf, dass diese Charaktere in diesem Buch viel, äh, ich würde nicht sagen besserer waren, aber für mich persönlich viel interessanter. Und gleichzeitig, dass wir halt jetzt sehen, wie diese drei Welten alle zusammenstoßen. Und wir einfach sehen, wie das alles zusammenkommt. Aber trotzdem handlungstechnisch war er immer noch auf einem extrem hohen Niveau. Ich meine, es ist Melasen, da brauche ich nichts sagen. Geniale Twists, genialer Aufbau von Spannung, wie man es bereits kennt. Ich sage es immer wieder, es gibt keine Buchreihe, die meiner Meinung nach so gut Spannung aufbauen kann wie Melasen. Und das gleiche gilt auch dafür, Informationen, ähm, dem Leser zu übergeben. Aber ist gerade nicht wichtig. Kommen wir zu den Charakteren. Wir haben in diesem Buch jetzt keine wirkliche Hauptfigur, die jetzt diesen gigantischen Fokus haben, hat. Aber wir haben so verdammt viele geile Nebenfiguren. Falls ihr meine ersten Reviews zu der Reihe gelesen habt, mein Hauptkritikpunkt war immer, dass mir schwer fiel, mich an mit den Figuren, die Figuren lieb zu gewinnen und so. Und dieser Kritikpunkt ist jetzt weggewischt. Der existiert nicht mehr. So viele Figuren in diesem Buch liebe ich einfach. Ich meine, ein super geiler Aspekt war, dass wir auf einmal, äh, die Perspektive von Göttern bekommen. Zum Beispiel Cotillion bekommen wir jetzt endlich mal seine Gedanken. Was super faszinierend ist. Gleichzeitig gibt es so viele Nebenfiguren. Tavore, Skilare, eine Figur, die im vierten Band vollkommen irrelevant war, wird in diesem Band einfach super interessant und für mich super spannend. Äh, Buddle, eine Figur, die ebenfalls im vierten Band so komplett für mich nur so ein Witz war, der so nebenbei existiert hat, wird in diesem Band eine der faszinierendsten überhaupt. Gleichzeitig bekommen auch sehr viele alte Figuren, wie zum Beispiel der schnelle Ben oder selbst Elster, obwohl er halt keine Rolle hat, bekommen in diesem Band nochmal Rückblicke, beziehungsweise wir erfahren mehr über ihre Vergangenheit, was super geil zusammenkommt. Die ganzen Sapöre, halt alle Figuren in der vierten, vierzehnten Armee, Helleran, äh, wie gesagt, Scherbe war super witzig. Oder auch der neuer Haupt-, der neuer Satschen oder Hauptbahn, bin mir grad nicht sicher, die dazu kommt, Faradan Suhl, heißt sie, glaub ich. Dann haben wir noch Synth. Und es gibt einfach so viele Figuren, die auf ihre kleinen Arten und Weisen super cool sind. Halt Paran, der von Band 1 und Band 3 noch super geil im Gedächtnis geblieben ist, ist der Hammer, dass er jetzt zurück ist und wir endlich wieder, ähm, wenig mehr von ihm bekommen und sehen, wie er so mit seiner neuen Rolle als Heer der Drachenkarten versucht klarzukommen. Kasa Olong ist immer geil, er hatte nicht ganz so einen großen Fokus, wie ich mir gewünscht hätte, aber okay, war einfach nicht sein Buch, er war trotzdem geil. Ikarium ist einfach so eine spannende Figur mittlerweile geworden. Trulsenga und Onrak, deren Freundschaft ist der Hammer und ich liebe einfach, wie das alles, äh, zusammengeführt wird. Halt dann noch so eine anderen Figuren wie Lostara oder Perl, die auch so im vierten Band so nebenbei existiert haben, werden in diesem Band auch wieder so nebenbei mitgebracht, aber jeder hat so seine Handlung. Absala ist einfach so eine geile Figur, die ich einfach so lieb gewonnen habe, weil wir sie einfach schon über so viele Bücher jetzt Stück für Stück näher kennengelernt haben, ihre Geschichte und gleichzeitig ist es halt so, am Ende des vierten Bandes ist ja so diese ganze Liebesgeschichte zwischen ihr und Krokus so ein wenig zu einer Tragödie geworden und deswegen war es jetzt einfach so viel mehr herzerreißender, diese beiden Figuren zu sehen, wie sie ihre eigenen Wege gehen müssen. Gleichzeitig hat Absala noch so ein super witziges Duo aus Viechern bekommen, was wie gesagt ziemlich witzig war und ich könnte jetzt noch ziemlich viele Charaktere aufzählen, mache ich aber nicht. Was ich damit sagen will, es gibt in diesem Buch einfach so viele coole Charaktere, super witzige Figuren, super spannende Handlungsstränge, von durch halt die Figuren ist es einfach charaktermäßig meiner Meinung nach das stärkste Buch bisher, auch wenn es jetzt halt nicht diese eine Figur gibt, die super geil ist, wie zum Beispiel in Band 4, äh, Karsa oder in Band 5 dann Rulat, trotzdem muss ich sagen, es war einfach absolut krank. Was die Welt angeht, ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie größer wird, als sie vorher war, aber sie wird tiefer, weil wir bekommen jetzt so viel mehr Aspekte kennengelernt. Zum einen dadurch, dass wir jetzt die Perspektive auch mal von weitaus mächtigeren Wesen bekommen, lernen wir halt viel mehr darüber kennen, wie die Welt funktioniert, zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Drachen und Gewirren, was für mich super faszinierend war. Aber gleichzeitig haben wir halt, lernen wir immer mehr über diesen großen Konflikt mit dem, äh, zerbrochenen Gott kennen, das halt, äh, verkrüppelter Gott, dass das halt alles zusammenhängt und es sorgt halt einfach dafür, dass diese Welt sich unglaublich lebendig anfühlt. In so vielen Büchern vorher wurde das Grundwerk gelegt und das kommt jetzt einfach alles zusammen und sorgt dafür, dass wir eine der besten Fantasy-Welten überhaupt haben. Außerdem ist es halt so, durch all die Bücher, durch all das Foreshadowing, haben wir bereits so viele verschiedene Figuren erwähnt bekommen und wenn die jetzt so zum Beispiel in diesem Buch auftauchen, ist es sofort so, ah, das ist diese Figur und die kenne ich daher und die hat Zusammenhang mit dieser Figur. Zum Beispiel taucht auf einmal Bosheit auf und ich dachte mir sofort so, ah, du bist das, ich kenne dich, ich kenne dich, ich habe von dir gehört, was halt super cool war und man hat einfach das Gefühl, dass diese Welt so gelebt ist und ich liebe diese Welt einfach. Ich hoffe wirklich, dass wir jetzt immer mehr so diese Ebene nach oben gehen, immer mehr diese Perspektive von mächtigeren Typen bekommen, damit wir wirklich auch einen Blick darauf bekommen, was so die Spitze dieser Welt ist, was so das Große ist, was in dieser Welt noch alles passiert. Deswegen, äh. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, ich liebe dieses Buch. Es ist eins meiner absolut Lieblingsbücher geworden. Ich kann mich aber nicht ganz entscheiden, ob es jetzt besser oder schlechter ist. Band 5 ist, die beiden sind für mich wirklich so haargenau nebeneinander, halt aus völlig unterschiedlichen Gründen. Band 5 ist dieses beinahe perfekte Einzelband und Band 6 ist halt dieser absolute Klimax von allen bisher Dagewesenen. Jedoch auf seiner eigenen Weise absolut genial, aber dafür hat Band 6 halt eines der geilsten Kapitel überhaupt. Diese Reihe macht mich fertig. Ich weiß, dass die nächsten drei Bände jetzt eher einen Schritt zurückgehen sollen, von dem, was ich gehört habe. Ist für mich vollkommen in Ordnung, aber solange das Finale stimmt, ist es gerne. Ich freue mich einfach so was von drauf, was als nächstes kommen wird, wie das weitergeht. Und ich bin super gehypt, auf diese Buchreihe endlich weiterzukommen. Ich liebe sie und ja, damit mache ich jetzt Schluss. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Buch gehalten habt, falls ihr es schon gelesen habt oder ob ihr noch vorhabt, es zu lesen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und für weitere Buchreviews und zum Beispiel mehr lesen, einfach den Kanal abonnieren. Danke fürs Zusehen und ciao.